Musik Dann gehen wir mal hier hin Vielleicht kann Daddy uns ja helfen Sollen wir mal schauen, weil hier ist kein Holzstab Immer noch so ein Hummer-Käfig hier, aber kein Stab Gehen wir mal auf die Winston-Made Ich möchte nur an Bord gehen, bitte Hiermit können wir nichts mehr machen Dann gehen wir mal in Papas Hütte Vielmehr in sein Zimmer Und, ähm, fragen die beiden einfach mal Senior Brisco Ja? Ups Nöp Papa Vater Ja, Morgan? Ich brauch doch nur einen Holzstab Wo könnte man denn jetzt noch einen Holzstab herkriegen? Bei uns im Zimmer war ja auch nix Ist nur ein Bett, eine Plüchstür Oder müssen wir unseren Dingen hier schnitzen? Äh Nö Nö Hm Wo kriegen wir jetzt so einen So einen Holzstab her? Ja Bin ich grad wirklich am überlegen Eigentlich muss es doch auf, ähm, Crab Island sein Wo sollte man sonst so einen Stab her bekommen? Hm Wo willst du hin? Und hier im Gasthaus war auch nix, ne? Oh, da müssen wir ihr so eine Schaufel zeigen und die hat irgendwas Ja, das geht ja jetzt wieder gut los Jetzt haben wir ja hier die Wurfgeschosse Weil wir, ähm, diese Bären dann doch recht schnell gefunden Was wir am letzten Mal ja nicht getan hatten Aber jetzt hängen wir hier schon wieder und Kommen nicht weiter Was ist eigentlich, wenn wir hier Oben mal rein gehen, anstatt da unten Geht das? Ne Die Fenster sind verriegelt Okay, das geht ja nicht Da müssen wir doch woanders hin segeln Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen Na Was hast du da drauf? Ich probiere das Das Unmöglichste Also Ohne einen Pfostengrabbel ich lieber mit bloßen Händen Warte mal Pfosten 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 Da könnten wir Glück haben Auf Ähm, Hollow Island vielleicht Das könnten wir mal ausprobieren Beim Percy, da ist doch, ähm, seine Hütte immer noch nicht fertig Wo willst du hin? Lass uns lossegeln Lass uns lossegeln Und, äh, vielleicht können wir ja da Irgend so ein Brett nehmen oder so Ich mein, mehr als versuchen Können wir ja eh nichts Wir brauchen ja auf jeden Fall so einen Pfosten Na Gucken wir mal Sunshine Die Nudeln Steht auch wieder da So, können wir hier so ein Brett nehmen Sehe ich wirklich wie ein Baumeister aus? Nee, aber du sollst einfach nur einen Pfosten nehmen Du würdest doch Sunshine haben Hat Percy vielleicht sowas für uns Hi, Percy Ja? Sie haben gute Arbeit geleistet, was all diese Blumen angeht, Percy Sie haben wirklich Danke, Morgan Ich wünschte, die Inselbewohner könnten es so sehen wie Sie Das erfordert viel harte Arbeit, wissen Sie? Alle diese Pflanzen zu züchten? Ja, das kann ich mir vorstellen Nein, um eine Pflanze zu züchten, müssen sie nur den Samen säen und ihn ab und zu mal gießen Ah ja Ah ja Schade Ich hab gedacht, wir hätten hier ähm So ein Holzpfosten mitnehmen können Das ist echt schade Das ist echt schade Und dem Voodoo-Dorf wird auch nichts sein Nee, da wird auch nichts seins Gehen wir mal wieder zum Anlegeplatz Ich sollte die Strickleiter benutzen, um an Bord zu gehen oder wegsegeln Ja, soll sie ja auch Wo willst du hin? Woanders hin Lass uns lossegeln Ähm Gehen wir mal erstmal hier hin Da war doch so ein Schiffswrack Wrack Wrack So rum Vielleicht können wir ja hier irgendwas von benutzen Ne Nein Wer würde ein gesunkenes Boot wollen? Du sollst ja nur einen Teil davon nehmen Wo willst du hin? Äh Wechselgel Boah, wo kam er denn jetzt an unserem Pfosten dran? Oder brauchen wir das noch gar nicht? Sollten wir vielleicht mal die Quest durchlesen Die Ich muss Vater Jeromes Schaufel reparieren, bevor ich sie zum Vergraben von Mabels Leiche benutzen kann Ja So weit sind wir ja auch schon mal Ähm Fangen wir bei uns einer Hütte an Vielleicht liegt hier irgendwo Holz rum Gehen auch mal rein Bis auf Spinnräden Ist hier nicht wirklich viel Ne Sonst braucht man die hier Sonst braucht man die hier Guckuck Ähm Weiter gar nicht nachzusehen glaube ich Also Ne Ok Ok Ne Da Ne Gehen mal wieder Zu den Docks Können wir mal hier an die Gasthütte reingehen Gehen Aber Hier wird auch nix sein Brettermäßiges Nahrung Ne Ne Ähm Fährten doch eben wieder Versucht so Glühwürmchen einzufangen Vielleicht müssen wir auch nochmal mit denen irgendwas machen Wo willst du hin? Segeln wir nochmal Lass uns los segeln Ähm Jetzt nach Crab Island Und Gehen mal Zum Friedhof Hoppala Nein Dahin Äh Da Hin Hallo Danke Okay Müssen wir mal die nochmal so fangen Schade Soll ich das vielleicht hier machen? Erst irgendwie zu verbinden oder so Oh Ist doch echt merkwürdig Hier muss doch irgendwo ein Holzpfosten rumliegen Oho Kleiner Hügel Flaches Grab Kleiner Hügel Yeah Das müssen wir eigentlich hier mitmachen Das müssen wir eigentlich hier mitmachen Durch den Dschungel führt Das gibt es doch nicht Muss ich hier denen irgendwie was zeigen? Kannst du was damit anfangen? Weißt du, wo ich einen Pfosten herkriege? Auch nicht. Kann mir niemand sagen hier. Ist da echt wie verflucht, oder? Wie verhext. Tja, also hier in der Hütte scheint auch nichts drin zu sein. Das gibt es doch nicht. Das bringt uns alles nichts. Aber das muss hier auf Crab Island sein, das was wir brauchen. Das ist so, was wir brauchen. Also in der Horizonte hermanen perdre den Hütte, die Barsch